Oh, hat der 10 Minuten Vlog gewonnen. Ja, sorry, der geht jetzt nur 3 Minuten. Ich habe halt keine Zeit zum Aufnehmen. Und damit willkommen zum 10 Minuten Vlog auf diesem Kanal. Dieser Vlog startet perfekt. Es ist schönes Wetter draußen. Ja, okay, nicht ganz, aber ich mache auf jeden Fall gerade Hausaufgaben. Ja, okay, ich bin aber gerade eben nicht während dem Zocken ausgerastet. Ich bin ganz ruhig geblieben. Okay, okay, Freunde, ich gebe es ja zu. Alles davon war gelogen. Aber ja, dafür machen wir uns jetzt einen leckeren Eistee. Was heißt Eistee, wenn die Eiswürfel leer sind? Na ja, ähm, äh, ja, schwedische Blaubeere-Geschmack. Mein Vater hat mir gerade nur ein Dings, äh, eine Nachricht geschickt. Der Vlog geht eh nicht 10 Minuten, also sorry, deswegen nicht. So, ich muss da noch, ich muss da noch was Wasser rauskippen. Okay, so, der Tee ist fertig eingezogen. So. Ab in den Mund einmal mit dem Teebeutel. Dann hole ich mir aus dem Frühschrank einen Level-Up Hydration Drink. Und kippt davon einen Schluck in den Shaker rein. Und der ist von, und apropos, der Shaker ist von Trimax. Okay, dann machen wir hier noch vom, äh, Level-Up Shiny Dragon Eistee. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt noch schnell ganz kaltes Wasser in den Shaker. So, und noch in den Tee. So, und jetzt füllen wir das Ganze da rein. So. Ich muss das gerade mit der anderen Einheit machen. Ich muss über den Waschbecken ein Zudermatt. So. Ein bisschen shaken. Probieren. Schmeckt gut, das war's. Mit dem Vlog ging es wahrscheinlich nicht 10 Minuten, aber ciao. Bis zum nächsten Mal.